Sooo, die Wolle... Die stopp ich auch mal hier mit rein... Äh, was haben wir noch? Ansonsten haben wir eigentlich nix mehr... Das Ei wird mich grad geputzt... Ich würd sagen, ich mach hier drüben auch nochmal ne Truhe... Und da kommt das Eis dann rein... Sooo... Wenn die Truhe halt voll ist mit Eis, obwohl ich das nicht glaube... Dann machen wir uns halt ne neue Truhe... So, ich glaub, ich geh jetzt auch gleich nochmal runter... Ich könnte grad mal... Moment... Ich mach jetzt mal die Stüchchen... Ich baue mir jetzt erstmal Stüchchen... Die ganzen Cobblestone hierher... Hab ich eigentlich noch mehr? Ja, hab ich eigentlich doch... Moment, ich muss grad mal... Ah, hier ist natürlich dunkel... Da ist ne Spinne... Egal... Dann muss ich mir das halt jetzt erstmal bauen... Wie wie geht... Und dann halt nachher noch aufhusten... Moment... 64 Stück haben wir schon... Kann ich mir noch eine bauen? Jo... Eine kann ich mir noch bauen... Oder extra vier kann ich mir noch bauen... So, weil dann würde ich mir sagen... Dann baue ich hier ne richtige Treppe hin... Ah, da kriege ich doch geil wieder Cobblestone... Dann kann ich mich besser nach oben laufen... Ich würd sagen, ich mach das grad mal... Auf einfache Weise erstmal alles weg hier... Oder von unten nach oben... Wie auch immer... Oben nach unten... Unten nach oben... Eigentlich egal... So... Weg damit... Weg damit... Weg damit... Eigentlich egal ob da Erde liegt oder nicht... Hauptsache ich hab Treppen wo man gescheit hochlaufen kann... So... Ja, ich hoffe das Let's Play sieht man nicht so langweilig... Die Folgen... Weil ich will natürlich gerne weiter bauen... Nur... Ist das auch klar bei Let's Play das... Man sieht ja viel das man gräbt... Aber es ist halt beim Let's Play so... Was wir machen... Weil ich will das ja nicht offline machen... Das ist auch ein bisschen doof... Natürlich gerne alles... Alles für euch... Man macht das ja in dem Sinne... Klar offline... Ey die Let's Plays... Aber ich meine jetzt... Dass ich das nicht aufnehme... Also wenn wir Let's Playen... Dann müssen wir auch alles... Schauen... Oder alles aufnehmen... Mensch muss ja grad mal was nachschauen... Ne alles gut... Ja ich hoffe euch gefällt meine neue Mucke... Ist wie immer... Techno... Aber das ist eher... Dass es klappt glaube ich... Ich find's gar nicht so schlecht... Ich find's gar nicht so schlecht... Ja wenn ihr Informationen... Oh ich hab keine... Doch ich hab eine Spitzhacke... Äh wenn ihr Informationen wissen wollt... Wo ich die Mucke her habe... Einfach mal in den Kommentaren schreiben... Info kriegt ihr dann von mir... Ich glaub kein Problem... Weil die gibt's wie gesagt kostenlos... Das ist GEMA frei... Also... Äh... Die kann man einfach kostenlos runterladen... Und die... Oh ich kann keiner belangen deswegen... Das geht gar nicht... So hab ich hier eigentlich noch... Ja... Oh... Hier hab ich ja noch genug... Den nehm ich gar mal... Genug mit... Bisschen geiler weil die bauen... Na... So... Na... Passt doch genau... Kann man aber zuviel brauchen... Na ist egal... Ich bau es mal alle weg... So... Die können wir ja... Äh... Dann dementsprechend einfach... In unsere Truhe legen... Weil die brauchen wir wahrscheinlich so oder so mal... So und schon kommt man nämlich einfach runter... Klar das hat im Moment gedauert... Äh... Die ganzen... Äh... Für die Stufen alles vorzubereiten... Aber das ist ja eigentlich egal... Wichtig dass das jetzt... Richtig schön schnell da oben geht... Wenn ich noch springen müsste oder was auch immer... So... Nächste... So... Jetzt sind wir auch gleich oben... Sind wir all zu weit... So... Wie lange nehm ich denn noch auf? Das ist auch wieder 40 Minuten... Gut... Dann werde ich auch langsam... Das Let's Play... Äh... Oh... Das ist ja ganz schlecht... So... Dann werde ich langsam auch wieder die Aufnahme stopfen... Stopfen... Genau... Ich werde die Aufnahme wieder stopfen... Gute Idee... Äh... Wieder stoppen... Weil es ja gerade eben so oder so dunkel ist... Äh... Und dann gehe ich rüber... Komm jetzt kein Vieh entgegen... Aber ich glaube nicht... Glauben wir mal schnell mal rüber... So... Dann würde ich aber mal sagen... Viel Spaß mit meinen... Let's Plays... Viel Spaß mit meinen neuen Folgen... Viel Spaß mit mir... Und meinen anderen Let's Plays... Im Moment laufen noch... Äh... Blatt oben noch als Let's Play... Ja... Und ich mache auch... Äh... Tutorials über Windows... Und äh... Game Update ist auch ein neues... Willkommen... Könnt ihr euch auch einmal anschauen... Ja... Abonniert mich... Habt Spaß mit mir... Bis zum nächsten Mal... Macht's gut... Bye Bye... Ja... Hallo und herzlich willkommen... Bei... Funflug LP... Bei Minecraft zurück... Moment... Ich musste gerade mal die Mucke leise machen... Es war nämlich ein bisschen zu laut... So... Wir... Ich würde mal sagen... Wir laden einfach mal unsere... Unsere Let's Play Welt... Ja... Die... Das Mucke ist auch laut... Muss ich auch gerade wieder kontrollieren... Schon ein bisschen länger her... Wo ich wieder gezockt habe... So... Jetzt müssen wir die Welt noch fertig laden lassen... Ja... Das hakt immer bei mir... Das gewohnte Drama... Ja... Redstone Fail... Leider hat es mit den Türen nicht geklappt... Leider... Leider... Aber gut... Vielleicht wird man da irgendwo das nochmal robieren... Nur... Test halber... So... Und ich würde jetzt sagen... Müssen wir mal gucken... Wenig Spitzhacken... Da ist auch nicht grad viel mehr... Halt... Da ist Eisen drin... Na gut... Lass ich mal drinnen... Nicht ganz so schlimm... Bin ich grad nochmal ein paar... Na... Mach ich vier Stück... Das passt doch... Ein paar Eisenspitzhacken mal... Äh... Ein paar... Steinspitzhacken mal bauen... Weil... Was ist da unten eigentlich? Ach Flint... Okay... Äh... Weil ich wollte nochmal ganz gerne runter... Da wo wir schon gebaut haben... Unten nochmal ein bisschen Material holen... Haben nicht allzu viele... Ach... Ich hab das glaube ich alles schon in Ruhe gestopft... Das weiß ich gar nicht mehr... Das ist schon ein bisschen länger her... Gut... Ich geh mal runter... So... Ich glaub ich hab das hier in die Truhe rein... Ach... Die hab ich auch noch hauptenweise... Naja... Egal... So... Ich würde sagen... Da geh mal ein paar Fackeln hin... Ich baue hier grad mal... Ein Stück weiter... Klar... Mit den äh... Hatte ich glaub im Let's Play schon mal gesagt... Ähm... Mit den Steinspitzhacken... Das dauert zwar ein bisschen länger... Aber es hat natürlich auch einen riesen Vorteil... Wie gesagt... Man kann halt sehr viel bauen... Das hab ich schon mal im Let's Play gesagt... Aber es ist wirklich so... Man kann von den Steinspitzhacken... Mehr... Steinspitzhacken... Mehr bauen... Als von den... Äh... Ja... Diamant oder Eisen... Weil Eisen findet man zwar auch viel... Aber Stein viel mehr... Viel, viel, viel mehr... Ja... Und dann hab ich gesehen... Gronkh... Äh... Ist erstens ein Net da rein... Das hat er auch noch nie gemacht... Ich hab bis jetzt alle Minecraft-Folgen geguckt... Moment... Äh... Ja... Ich hab bis jetzt alle Minecraft-Folgen für mich geguckt... Deswegen weiß ich das... Ist halt Gronkh... Klar... Ich mach mir wieder Werbung für Gronkh... Aber das ist doch egal... Warum ja nicht... Warum soll man denn einen guten Let's Play nicht öfters mal nennen... Warum nicht... Ja... Dann noch Informationen zu meiner Seite... Zu meiner www... Offline-Servers.info Seite... Wo es auch noch andere vier Links gibt... Äh... Die sage ich aber jetzt nicht das... Vielleicht mach ich da mal extra Video... Weiß ich auch nicht so genau... Ähm... Ja... Zu meiner Seite... Und zwar... Ändert sich jetzt... Stück für Stück was... Ich werde die Seite verbessern... Sprich... Ich werde mehr drauf machen... Ich werde mehr Downloads drauf machen... Wenn wir was einverlassen... Was ich da vielleicht noch drauf machen könnte... Vielleicht... Pff... Weiß ich nicht... Das werden wir dann sehen... YouTube-Videos sind auch drauf... Die hier... Die auch bei YouTube selber sind... Äh... Server-Monitor gibt's auch... Minecraft-Server ist auch an... Habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt... Äh... Ich selber habe auch ein... Hab auch einen COD-5-Server... Oder Quake-3-Server habe ich auch... Äh... Falls vielleicht irgendjemand Interesse hat... An einem Server... Äh... Dem würde ich immer empfehlen... Einfach mal auf meine Seite zu gehen... Und zwar www.offline-servers.de... Einfach mal auf meine Seite gehen... Sich registrieren... Eine private Matches an mir schicken... Also private Matches an Feinflug... Da heißt es einfach nur Feinflug... Ja... Und da könnt ihr mal Informationen schicken... Was für einen Server ihr dann gerne haben möchtet... Dann wäre es vielleicht... Mal schauen... Nicht das Problem einzustarten... Das überlege ich mir aber dann... Das äh... Entscheide ich... Spontan... Ja... Weiter im Text... Ich glaube ich baue ja auch gerade nicht weiter... Weil... Ein kleines Momentchen baue ich ja noch... Und dann äh... Halt... Und dann... Geh ich mal wieder hoch... Und baue mal was... Weiß doch gar nicht was ich bauen will... Aber... Wird sich schon irgendwas spontan finden lassen... Ja... Sieht schlecht aus... Ach... Oben ist ja noch Kohle... Den decke ich mit... So... Man kann da oben eine Fackeln setzen... Weil ich seh eigentlich fast nix... So... Die kann doch da oben eigentlich hängen bleiben... Gerade überlegen... Ich mach's mal anders da... Ich baue doch noch ein bisschen weiter... Und geh mal etwas höher... Was ist das denn hier? Ach... Eisen... Das hab ich gar nicht gesehen... Irgendwie kommt mir so vor... Als wäre Minecraft sehr dunkel... Aber hatte ich ja schon mal geguckt... Ich guck noch mal in die Optionen... Ne stimmt... Man kann das hier nicht heller stellen... Das Einzige was ich umstellen kann... Das ist doch dieses äh... Ich glaub dann wird's heller... Ja... Das sieht ein bisschen heller aus... Und ich glaub ich lass das auch mal so... Da sieht man auf jeden Fall mehr... So... Auf jeden Fall baue ich hier mal ein Stück weiter... Weil ich wollte ja eigentlich Diamanten haben... Das wär jetzt gar nicht so schlecht... Weil man kann sich mal einen Spitzhack aus Diamant bauen... Kann man auch schnell abgraben und so... Ja... Und wie ich gesehen habe... Ich habe wieder noch einen neuen Abonnenten... Herz Willkommen Abonnent... Ich weiß gerade den Namen nicht... Das hab ich jetzt... Das ist mir komplett entfallen... Ähm... Wie vielleicht auch schon ein paar Leute gesehen haben... Weiß ich nicht... Äh... Der Kanal natürlich vorantreiben... Ja... Ach hier ist der Diamant... Du hast gar nicht gesehen... Ja seine Textur sieht das ein bisschen komisch aus... Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so... Aber gut... Egal... Haben ja Diamant gefunden... Das erste Mal Diamant im Let's Play... Sehr schön... So... Da würde ich sagen... Ich krab hier grad noch weiter... Weil ich könnte noch mal mehr Diamanten... Oder warum... Wie viel haben wir denn jetzt? Äh... Sechs Stück... Jo... Aber gut... Ich möchte eigentlich nicht so viel bauen... Ich fange nämlich grad mit der neuen... Äh... Ja... Mit der neuen Folge wieder an... Irgendwann fange ich wieder an... Um was rum zu bauen... Ist auch nicht grad so prickelnd... Gut... Ich würde einfach sagen... Ich lege meine ganzen Klimbatsche hier ab... Was ich nicht brauche... Das brauche ich nicht... Das brauche ich nicht... Äh... Das kann auch mal rein... Ist auch egal... Gut... Den Rest nehmen wir mit... Ich baue jetzt was... Mal schauen... Was ich schönes bauen könnte... Haben wir schon mal Diamanten gewonnen... Ist das sehr schön... Das gefällt mir... Ja... Der Weg ist natürlich sehr lang... Aber das macht ja nix... So... Ich glaube es ist dunkel... Ne... Ist sogar noch hell... Gut... Aber ich glaube es wird gleich dunkel... Ich graze... Ich glaube es hat mal drin... Eine... Was ist es dann... Aber... Wir sind... Wir sind... Wir sind... Wir sind... Vielen Dank.